Willkommen zurück zu Dead Island 2 Sehen ihr fett am Ground Pounden In der ganzen Folge haben wir ja hier die Boss, die Becky, die Braut oder wie sie hieß fertig gemacht Meine Waffen alle wieder, ja die ich dann hier geworfen hab, gut Und damit auch eine neue Zombie Art kennengelernt die man schon aus dem Original kennt diese, ja, sehr kräftigen, muss man so auslesen Jetzt sind wir wieder hier Ja, trägt jetzt nichts mehr die Waffen wir schon So, von der einen Seite ausschließbar jetzt, aber Ja Guck mal auf die Karte Hier sind allein 5 Kassetten oder 4 Wo kriegst du bitte die ganze Kieße Das steht halt einfach bei Zombies Ja, aber bei welchen? Ich glaub, es gibt ja einige, die einen Namen haben Aber bisher hat keiner von den Namen auch einen Schlüssel Ausnahme der Typ, bei dem du die Kieke gefunden hast Das ist aber nur eine einmalige Sache Eben Wir könnten ja nochmal, ähm Hier war doch, ähm, diese Tiefgarage, ne? Ja Mit den, wo du gemeint hattest, da werden sie auch wieder Lass einfach mal da reingehen Ich mein, wir verpassen halt sonst auch Nebenquests wenn wir uns nicht umgucken, das ist halt so das Ding Ich block mir erst auf, wenn man in der Nähe ist Gibt ja ja keine Kassgele Also noch nicht Dann müssen wir aber da vorne lang Ja Alter, das ist wieder respawnt Das wird, das wird halt nervig nach der Zeit Wenn die alle mehr respawnen Deswegen müssen wir halt ein bisschen mehr rennen Aber da merkt man halt wieder, es ist kein Dein Light Weil wir rennen halt nicht so fast Ja Da gibt's auch ein paar cool Zombies, hier nicht Guck, da ist nämlich so ein Malmeer, schau Fuck da Level 8 Meistens sind sie schon nicht mehr Elite, aber sie sind ja trotzdem zufälle wie bei uns Wir machen den Grandfather Wow Ja, es struggelt halt nicht Wir bauen irgendwas Irgendwo Stroh Guck mal, hier ist die andere Tür Guck mal, hier ist die andere Tür Krass Ja Wie schnell ich damit selber bin, what fuck Hotel Security, hier hat doch bestimmt irgendwas Schön Aufgeladene Schläge Guck Mal nach Ausdauer Nice Aha Security-Schlüsse Security-Safe-Schlüsse Der lag doch auch schon in der Lobby, ne? Ja, das Ding ist Das Problem ist, die Geldkasten auf der Map sind nicht ausgewiesen Also da steht nicht mal, dass das Das Security-Test war Aber wo waren die Security-Tests? Gleich in der Hotel-Dobby Alles durchlaufen Ich glaube, der war hier gleich links Nee In der Hotel-Kiste war das Heißer Achso Kurzer Test, ist die auf der Karte-Marke? Ja, also das sind wirklich die Dinge gut Können halt nur alle abklappern jetzt wieder, das ist halt Das Problem an den Dingern Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch Nebenaufgaben haben und nicht bekommen Das konnte man doch irgendwo sehen, genau, hier Guck, hier steht nämlich eine Quest verfügbar Zwei Nebenquests sind hier angeblich in dem Viertel noch Also es wird wahrscheinlich noch weiter nach rechts gehen, zu meiner Vermutung Die können doch nicht alle in dem Hotel hier sein, obwohl das ist sehr groß, klar, aber Ja, komm, lass uns mal weiter, oder? Vielleicht findet man mal noch eine Quest, wenn man auch wieder eine Abwechslung Also eine Nebenquests Lass nicht, ob jetzt die Gebiete noch größer auf sind, sieht aber halt nicht so aus Ich will jetzt nicht trotzdem nochmal in der Tiefgarage schauen Ja, wenn wir uns halt, ach, die ganze Zeit boxen, das ist halt auch Ja, lass halt erstmal kurz durchrennen Nur um zu gucken, ob da noch was ist Wann ist jetzt da hinten? Was halt jederzeit ist, wenn wir einen Zombiekillneck gleich wieder respawn ist Oh, eine Feuerachst, geil Oh, hier hinten geht ihm doch Oh, Zange des Perforators, da hab ich gerade gefunden Super Perforator Genau Oh, das ist ja mal mehr Ach, ich dachte, der hat sich jetzt nur sein Design geändert Weil die kurz weg waren Noch Koffer, okay Kofferraum mit Bargeld drin Ohne Ohne Also die zwei Waffen habe ich auch nichts, auf jeden Fall Da kommen gerade alle von oben runter, wegen dem Lamb Hmh, kein Problem hier will ich mal sagen Okay, das war's da unten. Ich glaube wir sollten mit Level 8 noch mal dahin gehen. Gerade hab ich auf jeden Fall den einen Outrun wie bei deinen Leuten. Vielleicht konnten wir noch hinterher gerannt. Das ist wahrscheinlich lang. Alter, geh mal aufhören. Fisch. Umdrehen. Ah ne, doch nicht. Aber wir haben leider keine Ruhe, deswegen können wir das gar nicht überprüfen. Die Kampfbucke, ich hör sie immer noch. Geht direkt hinter dir das eine. Ich guck mal schnell M und F2, guck was passiert. Ich kann's nicht machen, weil meine Aufnahmetaste ist. Verfolgte Quest. Verfolgte Quest. Verfolgte Quest. Verfolgte Quest. Verfolgte Quest. Achso. Also M... Ach nee, mach mal. Verfolgte Quest. Verkarte F2, ja, steht verfügbare Quests unten. Ja. Und hoffen war, dass wir hier... Welter haben wir jetzt. Das ist die Hauptquest. Ja genau, und was anderes ist da nicht bei dir. Nee. Okay, schade. Ich hab halt gehofft, dass du da die Quests angezeigt bekommst. Die hier noch sind. Die Nebenaufgaben angeblich ist hier ja noch eine. Unten drunter steht verfügbare Quests in Halperin Hotel. Da sind wir ja gerade. Ja genau. Da kannst du nichts auswählen oder so. Das heißt, dass es hier noch irgendwo noch eine Quests gibt. Aber wir waren jetzt eigentlich überall. Deswegen geht mich das so. Und Nebenaufgaben soll es hier laut der Map auch noch zwei geben. Laut diesem Sammlungsbildschirm. Also vielleicht werden die Gebiete auch noch erweitert. Das Problem ist, wissen wir es nicht. So, wenn du in dieses Gebiet guckst. Bei Bel-Air zum Beispiel. Da steht keine Quests mehr verfügbar. Wir haben aber insgesamt noch drei Nebenquests. In dem Gebiet. Das heißt, die werden halt mit der Zeit jetzt freigeschaltet. So lese ich das. Und guck mal. Im Hotel haben wir angeblich auch noch. Grad mal sechs von 21 Orten entdeckt. Also es kann ja nicht alles sein. Was wir bisher gesehen haben. Hier in dem Viertel. Was ist. Wir sind ja jetzt das ganze Hotel gelaufen. Eigentlich. Da werden ja noch mehr Orte gefunden worden. Mhm. Also muss ja noch was passieren hier in dem Gebiet. Oder mit allen Gebieten. Und da kommen ja noch. Keine Ahnung. Wie viel ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Stück. Dazu. Ja komm. Das mag ich schon bei Aids zurückgehen. Ich glaube man kann später auch zwischen den Dingern. Hier und her reisen. Schnellschädel. Na schau wir mal. Von der Karte aus oder so. Das vermute ich nicht, dass da schnell reizfrei gestaltet wird. Mhm. Da haben wir das Spiel auch nur angekratzt. Oh wir schon bis das Spieltag. Oh dunkel. Hier sind wir wieder. Und es wird ecstatic sein. Das Entourage wird folgen und wir können alle unseren Weg nach Santa Monica, wie ein Von Trapp Homage. Und es wird auch so spezielle Nachtzungen, wie es gibt. Oh. Oh. Hallo. Another plucky survivor. Guck. Das mein ich nicht. Das blockt ja aber ne Nebenaufgabe auf. Lass die doch machen. Kann man. Ja. Kann man machen. Komisch. Verfolge ich nen Quest ohne das ins F2-Müll zu gehen. Ah hier. Mit L. Gut. Ich glaub des Ziegenstalls. Nichts wehen. Ziegenstall. Das war doch diese Streamerhütte. Genau. Wir gehen jetzt in die Streamerhütte. Zurück. Na oben. Nichts gemein. Vielleicht gehen wir durch die Nebenquests jetzt was um was aufzumachen hier. Ne. Die kriegen wir ja laut. Äh. Kann man ja mitmerken. Nur Zombies. Oh. Die können das auch. Der Brook. Das ist der Brook. Da war doch. Haben wir doch irgendwas gehabt. Du hast recht. Das ist der Streamer von da oben. Der ist der Brook Listener. Genau so lauere aus. Tatsächlich. Warum nicht alle lacht. Voll unfair. Ich krieg dir nicht mehr genug. Das hab ich's mal gemacht. Gefällt dir das? Crown Pound. Glockenbringt ja auch nicht viel wenn er das macht. Glockenbringt ja auch nicht viel wenn er das macht. Rock Save Schlüssel ja. Ah. Voll aus der Atem bin ich ey. Aus der Atem. Aus dem Atem. Alter. Voll aus der Atem. Haha. Feder wurden wohl gegangen. Rock war oben. In seinem Zimmer. Das war jetzt eigentlich eine neue Fähigkeit die wir davon freigestellt haben. Ach der Grundfund. Was an Übersetzung. Ah ne stimmt gar nicht. Sprungtritt haben wir noch. Drücke Eva unter Luftverfindung. Um einen mächtigen Sprungtrittangriff auszufüllen. Ja. Okay. Hier war dem sein Zimmer ne. Ja. Da ist er safe. Aufschließen. Oh ein blaues. Geil. Bei mir auch. Da haben wir mal eins in eins selber gefunden. Ey du hast dein Setup kaputt gemacht. Tja. Tja. So sind es halt meine heilen Medikits. Guck mal die ganzen schönen Monitore. Warte. Tja. Da brauchst du eh nicht mehr. Guck mal. Wir sind noch weiter hoch aufs Dach. Guck jetzt ist abgehakt auf der Map. Welch komm. Ah. Lauten girl. Weißt du. Hat doch was in der Nähe. Ok. Wer muss was spielen. Haha! Stiles, LA's top trending girl in the juicy flesh. But, oh fuck! You didn't see my video? Thought it uploaded for sure this time. Ah, I getcha. You're one of them influencer types. Yep, catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send it to choppers to save our butts from LA. Ooh, plan wise, that's fucking massive. Right? Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit, idea! We collaborate! We lure suckers up here, you finish them off Amanda style, and I get crystal clear shots. Little Miss Stiles, you had me back there at flying zombie guts. Then let's fucking go! Let's go! And knock any loser that shows up off the motherfucking roof! Let them butt, hit the floor! And no swearing in the first minute. I'm already on two straights. Was? Was denn? Nee, die Tussli hat doch grad bei mir was geredet, oder nicht? Ja, hast du die ganze Zeit. Nee, aber die hat doch grad bei mir nur eine Bewegung gemacht. Die hat grad nichts gesagt bei mir. Ha, okay, Wack, bei mir hat sie geredet. Okay, let's go. Meuschelrock. What is up, Armada? Schmeiß ein paar auf die hier. Was denn? Okay, dann locken wir mal hier her, dann... ...debt man die da runter. Ah, da kommt ja schon jemand. Was sollst du ans Geländer? Du blöde Food. Schau. Wie so zieht es mich? Opa. Weil die tot sind, bevor sie unten aufkommen. Das dürfen sie nicht. Die müssen jetzt gelten. Ah, ja. Darf es also nicht kaputt machen. Aber am besten normal treten. Nicht Dropkick. Das macht Schmerzschaden. Stimmt, ja, geht ja noch. Ja. Vor allem, weil wir jetzt einen Mächtigen haben. Der killt die halt meistens. Ja, das sollte nicht passieren. Ja. Dazu fühlen wir ihn ja nicht auf dem Boden. Wobei ich glaub, der... ...der normale Sprung bingitet die ja eher. Dass er so im Endeffekt tut. Was hat die Karte ist jetzt schon? Ganz einfach, wie es sich anhört. Ja, komm. Wunde mit dir. Vorbein. Aua. Alter, die packt bei mir rum. Die kommen die ganze Zeit wieder hoch. Haa, ich bin tot. Scheiße. Geh doch mal da runter, Mann. Habe ich den mal frei auf die Spur erfüllt. Och. Hahaha. Come on now. Breathe. Ciao. Oops. Jaja. Haha. Haha. Ups. Guck mal, alle nur zu dir, ne? Vielleicht mögen sie mich besonders. Aber wer ist mit deiner Fluppe da im Mund? Moin. Also gar nicht, dass ich Bill bin aus Left 4 Dead. Wenn mir die Fluppe nie ausgeht. Oh, wundern wir ja. Nice! Zwicky geht's live, Alter ist tot. Saut doch so gut aus. Ja, aber lustig. Ja, komm Lady, jawoll. Also Körperteil absnappeln und so und weh. So, hab ich hier mal die Beine weggeführt, ne? Arm ab. Besser als Arm dran. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Aber wir brauchen alle Demografien. Und du weißt, was Trends mit Boomers ist? Lifehacks. Das ist gut. All sorts of fire pits and patio heat. All sorts of fire pits and patio heat. To burn and ate the dead. Best video ever. Let's go! Redet die jetzt schon eigentlich bei dir? Redet die wenigstens bei dir? Ja, ja. Okay. Flambiziere, die Zombies. Was sind das für ein Wort? Flambieren? Flambiziere steht da bei mir. Ja, das ist Flambieren und dann ist halt Flambizieren, das ist halt die coole Version davon. Cool soll es sein. Okay. Ist weggetroffen. Okay. Jetzt hoi, hoi. Ich geh mal Monotows umwerfen. Ich werde es easy. Nice. So. Burn. Wollten wir jetzt nen Feuermod gehabt, ne? Ja. Schaut mir das easy ab. Ich bin nicht am Insolenzen, die Dame, ey. ich werde es so schockieren, das ist gar nicht einfach. Du kommst auf. thöhm. Den Malmer. Du. Der Malmer. Mhh. Der Malmer aus Malmöhe. Hhh. Der Malmer aus Malmöhe. Mhh. Wenn ihr die ganzen Szenen sehen wollt, schaut doch mal bei Topson auf YouTube vorbei. Das war... AWESOME! Das Team? Wir können diese Stadt römer, kreieren wunderschönes Content zusammen. Wir bekommen Nobel-Prize für unsere life-saving-Dokumentarien. Ich liebe die Moxie, aber besser, dass du mit dem, was du gerade bekommst. Du kannst nicht bekannt sein, wenn die Zombies dich zuerst bekommen. Hm, okay. Ich muss das auch editieren. Wenn wir nur ein Video bekommen, muss es poppen. Aber nicht streamen, dass du nach meinem Bein gehst. Verstehst du, weil ich gerade stream. Gut, es ist aber noch eine für die Crew. Scheinbar, die wir uns hier versammeln. Einfach mal alles zu immer einladen, das wird schon passen. Stört's nicht. Ja, der wird gesagt wie, der kann bei ihr wohnen. Ja. Blüße Keule. Stimmt, die soll ich auch mal ausprobieren. Obwohl die einzige blaue Waffe ist. Ich hab kein blaues Kantana-Spiel. Gibt mir das mal. Schüsse des Postboten erforderlich. Alter. Was hast du denn gedacht? Wow. Das erste Mal, was mir angezeigt wird, dass ich eine Ressource voll bin. Nämlich Schrott. Gut. Immerhin werden die Sicherungstüren halt auch auf der Bank gezeigt. Okay. Ja, ich hoffe, es ist jetzt Mack. Der Kabeljub. Okay. Okay. Ähm. Ja. 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 Ich hab keinen Waffen getötet. Der Mobb vermögen ihn. Nice. Schlüssel. Wagenschlüssel. Wagenschlüssel des Kabeltypen. Ja. Wahrscheinlich heißt der im Englischen Cable-Guy. Ja, eben. Ich würde wahrscheinlich... Ich würde wahrscheinlich... eine Geldkasse zu sein auf der Map. Meine Vermutung. Oh, hier ist Elite, Fabi. Oh, scheiße. Warum? Wollen wir wirklich stehen, wenn wir die ganze Zeit mit dem Elite anlegen? Hm, naja. Können wir. Vielleicht können wir noch agnogieren. Aber hier fehlt uns nicht auch. Warte mal, warte mal, warte mal. Arbeit dich im Level hoch. Dann kannst du ihn aufnehmen, sagt das Spiel. Ja. Ähm. Hier sind Kanal, Fabi. Wenn wir später eh nochmal hinkommen. Oh Gott. Sind wir laufen. Wir kommen jetzt hier 5 hinterher von denen. LOL. Deswegen. Sind die halt einfach nur... Nerfschulden. Ich hatte... Ich hatte full life gehabt und er springt mich an und ich bin tot. Ja, das ist das Problem an denen. Sollen wir die auch einfach nicht machen. Oh. 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 Schnell, lauf. Was flüchtet? In die Villa. Der Ohmm, ist so schnellste. Wir müssen laufen. Wir laufen uns doch gar nicht mehr hinterher. so also die geldkassette hier drin war ja das von dem alten nage kann ja schon mal nicht sein bei emma auf dem ding ist ja klar das stand auch wir brauchen schon von dem das sind keine probleme das sind ernsthafte hier du hast gerade auch eine geldkasse ich weiß nicht wo das sein soll ah nee hier brauchen wir den trainer autoschlüssel des trainers erforderlich was ist das denn insekten alle ein schwert kommt er denn her lassen wir jetzt einmal bitte wo bist du denn hier ist der trainer typ das ist doch hier eine tür habe hier bei mir auch ja rein doch nicht ich muss an der sprechen lange reden aber mir geht die tür nach auf bei mir nicht warte ich hätte so spiel auszutricksen da ist es auch hier ich komme hier hoch wo denn das ist ganz woanders scheiße die tür ist doch offen was ist die ist nicht offen sonst wäre ich doch reingekommen du simpel bei mir halt schon deshalb ich hab mal kurz einfach in der sprecheanlage getrunken dann geht die tür auf ich hab schon drei mal an dieser sprecheanlage angeklingelt ja lass den töten ich will doch gut gucken ich will mich eh komplett so scheiße da voll das gudel hier schon wieder hä wo das gudel was für den gudel zack da geht's hoch jetzt ist sie offen schön Tobi die warst du doch vorher auch schon nein wie bin ich da durchgekommen ja keine Ahnung weil du ein geist bist ja das wird's sein jetzt mal verkaufen bei dem dude hier unser Müll hier was für den Müll ich hab gar keinen Müll ich nehme ja gleich recyceln sicher ich helfe ich helfe dir einfach sicher in der Nose du siehst jetzt zeig ich auch du's medkit-rezepte hast oder kaufte sie kostenlos naja da steh mich kurz ein for free was will der Ronny jetzt eigentlich du kannst du sie ist und dann du musst den so she slides me some money and i got my connections right and we ship the big kitty or whatever right to her sure of course that bitch is a bad customer she sure changed me in more ways than one i'm done doing business with her sam hell if the animal kingdom's lucky a zombie took a chunk out of her already either way now is a good time to get what she owes me haha that's a big deal with her ass his eye is now better huh his eye is now better yeah go away we're gold i made contact with cdc are they coming to rescue us no but there's a quack in santa monica we have to pack light we what's this we get this humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins really the world needs a savior i'm it and you're hitching a ride on white coattails etc etc well sounds like you're the star of the show now break a leg look i'm high on adrenaline hope and a smidge of pant blasting terror but we can get out of here all of us together there's no way you'll get sam to go he's made that very clear yeah i can't but you can a dash of jauncy whatnot right i'm not a total egomaniac i don't know why you think sam'd risk everything for me oh come on he's hooked line and plonker he had his chance don't make me beg like him i'm trying to save you this is too big i'm not doing anything till i've talked to michael i'm surprised he hasn't stuck his nose in already right i'll drop up the committee that's not fair but remember i am not begging ehh 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 Das war die nächste Folge, vielen Dank für Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018